Weltweit nehmen immer mehr Menschen Drogen. Die Zahl jener, die sich Rauschmittel inizieren, ist um 18% höher als bisher angenommen, berichten die Vereinten Nationen. In Wien gab es zuletzt einen deutlichen Anstieg der Drogentoten. Ich nehme auch Drogen mehr. Was musst du sagen? Ich bin eingestellt auf Morphium, hier und da am Beikonsum. Es gibt immer mehr Leute, die Opiate verkaufen. Es nimmt schon überhand das Ganze, dass immer billiger wird. Die Neuen, die nachkommen, die unterschätzen das, glaube ich, ein bisschen. Und zwar extrem, also die Jugendlichen, die konsumieren, konsumieren und wissen gar nicht, was sie überhaupt konsumieren. Laut dem aktuellen UNODC-Welt-Drogenbericht nahmen im Jahr 2021 296 Millionen Menschen Drogen. Das sind 23% mehr als noch vor zehn Jahren. Das häufigste Suchtmittel ist Cannabis. Danach folgen Opioide, Amphetamine, Kokain und Ecstasy. Noch dramatischer ist der Anstieg der Personen mit Drogenkonsumstörung. Mit 39,5 Millionen Fällen ist die Zahl im letzten Jahrzehnt um 45% gestiegen. Nur eine von fünf Personen ist in Behandlung. Doch es gibt auch eine positive Entwicklung. West- und Mitteleuropa sind nach wie vor einer der größten Kokain-Märkte weltweit. Während der Kokain-Konsum in der Pandemie stagnierte, scheint er nun wieder anzusteigen. Zudem deuten die jüngsten Trends auf vermehrten Methamphetamin-Gebrauch in Europa hin. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.